Oh, Kevin Lück da, Cowboy-Start hier bei Start und Ziel. Er ist aber wieder auf den Beinen und schiebt da sein Bein ins Innenfeld. Vorne ist es Timo Wachs, ja schade für Kevin Lück hier, zuzügendes am Hinterrad. Zumindest aus dem Bellen, aber vorne ist es Timo Wachs mit Norheiner. Timo Wachs mit Norheiner, Fabian Heidemann und Jett, wo es fehlt. Ja, fast in der Lecker, um dann auch an Timo Wachs heranzukommen. Er kommt etwas näher im ersten Eck. Aber jetzt kann Timo Wachs wieder ein paar Meter gut machen. Aber Finn muss aufpassen, vor dem roter Fabian Heidemann aufzulaufen. Und Timo Wachs. Ja, dann haben wir die ersten vier Punkte für die Startnummer 4 für Timo Wachs. Drei Punkte gehen an die Startnummer 2 an Finn Lohrheiner. Zwei Punkte Elke die Startnummer 15-Helfen, aber rot v.a. Einemann. Und ein Punkt geht an die Startnummer 69, an die Startnummer 5, an die Chef Winxfeld. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.